Die schönen Motive der Euromünzen Österreichs Als erstes ein paar allgemeine Informationen zu den gleichfolgenden Münzen, unter anderem mit den Künstlern, die die Gestaltung der Münzen übernommen haben, aber auch mit den Prägestätten. Bevor wir zu den Motiven kommen, eine kurze Übersicht über die acht verschiedenen Münzen, um die es in diesem Video eigentlich geht. Jede Münze hat dabei ihr eigenes Gewicht, ihr eigenes Material und natürlich auch eine eigene Randgestaltung. Das ist ganz interessant, gerade was die Randgestaltung angeht, aber auch weitere Eigenschaften wie der Magnetismus sind ganz interessant. Ein weiteres Merkmal ist noch die alte bzw. neue Europakarte, die dann nach dem Beitritt weiterer Länder in die EU vervollständigt wurde. Diese wird hier seit dem Jahr 2008 verwendet. Weiter geht es mit Österreich. Hier die Euromünzen ab der Jahreszahl 2002 mit acht verschiedenen Motiven. Die neue Europakarte hier erst ab dem Jahr 2008. Auf der 1-Send-Münze ist Enzian dargestellt. Die 2-Send-Münze zeigt Edelweiß als kleine Erinnerung an den österreichischen Schilling, genauer gesagt an die 1-Schilling-Münze. Auf der 5-Send-Münze sind Alpenprimel dargestellt. Die 10-Send-Münze zeigt den Baustil der Gotik mit dem Turm des Stephansdoms in Wien. Die 20-Send-Münze zeigt den Baustil Barock mit dem Schloss Belvedere in Wien. Die 50-Send-Münze zeigt den Jugendstil mit der Wiener Sequestion. Auf der 1-Euro-Münze der weltbekannte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, er lebte von 1756 bis 1791. Die 2-Euro-Münze zeigt Bertha von Suttner. Sie lebte von 1843 bis 1914, war Schriftstellerin und Pazifistin. �� Schriftstellerin und Pazifistin.